Kleine ganz groß. Willkommen in Andershausen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von RfH aktuell. Im Moment sind Pfingstferien im Harz und überall gibt es ein buntes Programm für Schulkinder. Zum Beispiel hier in Quedlinburg. Hier findet gerade im Ökogarten die Kinderstadt Andershausen statt. Ein paar Tage lang leben einige Kinder aus Quedlinburg hier im Ökogarten in ihrer eigenen Stadt. Und wir schauen mal, wie es bei ihnen so läuft. Bereits seit vielen Jahren organisiert die Stadt Quedlinburg dieses tolle Angebot. Und mittlerweile ist die Kinderstadt Andershausen zum festen Termin im Veranstaltungskalender geworden. Zum neunten Mal machen wir diese Kinderstadt hier. Und die wird auch von Jahr zu Jahr größer. Die Kinderstadt ist eigentlich eine Stadt für Kinder ohne Erwachsene oder nur mit einem Minimalanteil an Erwachsenen. Klar, ganz ohne geht es nicht. Aber in der Kinderstadt sollen die Kinder eigentlich die Welt der Erwachsene nacherleben. Die können hier arbeiten wie Erwachsene. Die können Geld verdienen. Wir haben hier in Andershausen eine eigene Währung. Die heißt Quedlmark. Und das Geld können sie in verschiedenen Jobs hier sich verdienen. Wir haben von einer Toilettenfrau über Küchenhilfe, Koch, Beamte, Einwohner, Meldeamt. Und wir haben ganz viele Jobs in der Kinderstadt. Da können die Kinder natürlich auch nach ihren Talenten, Bedürfnissen, also wie sie das möchten, auch mal Berufe ausprobieren. Und die Kinder nehmen das hier auch sehr ernst, ihre Aufgabe. Wer die Kinderstadt Andershausen besuchen möchte, muss beim Einwohnermeldeamt einen Ausweis oder ein Visum beantragen. Wie in jeder anderen richtigen Stadt gibt es natürlich auch in Andershausen ein Einwohnermeldeamt. Und wer Bürger einer Stadt werden möchte, braucht natürlich einen Ausweis und den bekommt man hier. Bis zu 400 Ferienkinder nutzen täglich das umfangreiche Angebot von Andershausen. Die Einreisegebühr beträgt 2,50 Euro. Ja, also Erwachsene bekommen bei uns in der Kinderstadt gar keinen Ausweis, weil es ja eine Kinderstadt ist. Und den bekommen hier nur Kinder unter 13 Jahre. Für Erwachsene haben wir ein Visum. Erwachsene dürfen die Kinderstadt für eine halbe Stunde besuchen mit einem Elternvisum. Das bekommen sie hier ausgestellt. Und es ist gewollt, dass die Erwachsene dann auch nach einer halben Stunde, wenn sie sich alles angesehen haben, die Stadt auch wieder verlassen. Wir wollen so wenig wie möglich Erwachsene in unserer Kinderstadt auch haben. In Andershausen leben und arbeiten die Kinder wie Erwachsene. Die entsprechenden Jobs werden bezahlt und zahlreiche Möglichkeiten laden dazu ein, das verdiente Geld wieder auszugeben. Also in der Kinderstadt Andershausen kann man sich den Müllmann als Job beantragen. Man geht hier mit der Jutta durch die Kinderstadt Andershausen und sammelt den Müll, den die anderen Arbeiter von den Jobs verlieren oder nicht mehr brauchen. Und dann sammeln wir halt auf und ja. Also ich habe schon eigentlich alles gemacht. Ich war im Tierheim und im Beauty-Salon und alles. Und ich bin jetzt schon das fünfte Mal hier. Seit der ersten Klasse bin ich hier. Und mir gefällt es eigentlich sehr gut. Ich habe schon als Polizist, als Feuerwehrmann und als Doktor gearbeitet. Also ich war heute arbeiten in der Kinderstadt Andershausen, wie ihr hier seht. Und ja, ich habe viel Geld verdient, viel Quäle. Also ich bin heute in der Kinderstadt Andershausen, ich habe heute Gärtner gearbeitet und das Essen schmeckt gut und ja. Viele Kinder kommen regelmäßig in den Ökogarten. Bei den zahlreichen, meist jahreszeitbezogenen Veranstaltungen ist für jeden etwas dabei und die Kinderstadt Andershausen kommt bei allen gut an. Ja, ich habe eigentlich fast überall gearbeitet. Letztes Jahr war ich auch schon da. Ich finde das eigentlich ganz toll. Man kann sich auch auf das richtige Leben später gleich einlassen. Und ich finde das eigentlich ganz toll, dass die Stadt Quedlinburg das macht. Das ist so wie in echtem Leben, nur dass man mit Papier namens Quede bezahlt und sich gute Sachen kaufen kann. Das ist halt ziemlich toll, weil man hier arbeiten kann und sein Leben halt später, weil man dann weiß, wie man arbeitet und mit Geld umgehen kann und so. Man kann hier Sachen kaufen und man kann sich hier Essens kaufen. Und man kann sich hier Sachen basteln und man kann sich auch verhaften lassen. Natürlich gibt es in Andershausen auch eine Polizeistation und ein Gefängnis. Wer die Regeln nicht befolgt und dabei erwischt wird, muss mit einer Strafe rechnen. Die Bank ist besonders beliebt, denn hier werden die verdienten Quedl ausgezahlt oder, wie im echten Leben, angelegt. Gleich nebenan steht Bildung im Mittelpunkt. In der Uni erfahren die Kinder Wissenswertes und können einen entsprechenden Abschluss erreichen. Wer studiert, hat Chancen auf einen besseren Job, zum Beispiel als Arzt und kann somit auch mehr Geld verdienen. In der Fahrschule müssen sich die Kinder durch das Schilderchaos kämpfen. Wer die Prüfung besteht, bekommt einen Führerschein. Im Wellnessbereich lassen sich vor allem die Mädchen ihre Haare frisieren, Nägel lackieren oder Arme tätowieren. Gleich gegenüber ist das Standesamt für all die, die sich trauen. Diese junge Dame macht den Anfang. Auch für abwechslungsreiche Mahlzeiten ist bestens gesorgt. Im Restaurant kann zwischen verschiedenen Menüs gewählt werden und wer noch Zeit hat, genießt in der Cocktailbar einen Drink. Falls mal was schief geht, gibt es neben einem Allgemeinmediziner und einem Augenarzt auch eine Apotheke. Im Tante-Emma-Laden gibt es Souvenirs und andere Kleinigkeiten. Ganz neu in diesem Jahr ist das Rathaus. Hier wird demnächst ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Vorher wird es noch nach den Vorstellungen der Kinder gestaltet. Was es dieses Jahr ganz neu gibt, ist ein Bürgermeister. Wir haben heute eine Bürgermeisterwahl und das allererste Mal wird es in Andershausen einen Bürgermeister geben. Und das ist also ganz neu, eine Premiere. Zu jeder richtigen Stadt gehört ein Bürgermeister und den gibt es dieses Jahr in Andershausen. Und ein kleines Rathaus, was von Kindern dieses Jahr gestaltet wird. Ziel der Kinderstadt ist es, die Kids für kurze Zeit in die Welt der Erwachsenen eintauchen zu lassen. Nebenbei werden verschiedene Berufe ausprobiert und so können die Kinder herausfinden, was ihnen Spaß macht. Das war es von uns aus der Kinderstadt Andershausen. Wir müssen jetzt leider gehen, weil unser Visum abgelaufen ist. Im nächsten Jahr wird es wieder eine Kinderstadt in Quedlinburg im Ökogarten geben. Und wir sind uns ganz sicher, die Kleinen freuen sich schon jetzt.